Soll ich dich mitnehmen? Ja. Ja. Was ist los? Ich erinnere mich an etwas, das nie passiert ist. Kannst du schlechte Nachrichten ertragen? Hast du mir einen Gefallen? Bring mich um, sofort. Wenn sie mir nicht zuhören, werden sie getötet. Seit sie gestern erwacht sind und dieses Leben begonnen hat, werden sie von ihnen gejagt. Es wird immer wieder geschehen. Nein, wenn die mich töten, dann bin ich auch tot. Sie können nicht sterben. Die wollen ihr Schreckliches antun. Und das wäre das Ende für sie. Die dürfen sie nicht finden. Husten Sie auf! Ian! Du bist in Gefahr! Lauf! Du bist in Gefahr! Du bist in Gefahr! Du bist in Gefahr! Vielen Dank.